Schwimmende Kraftwerke, Dreckschleudern, die jetzt plötzlich wieder ins Netz genommen werden. Warum macht Habeck das? Irgendwie versteht man es nicht. Nein, das kann man nicht verstehen. In der Tat, wir haben einen Energiemangel, einen Energienotstand. Und in diesem Energienotstand ist diesem Klimaschutzminister Ideologie offenbar wichtiger als das Klima. Es ist ihm Ideologie auch wichtiger als die Gesundheit. Denn das klang im Beispiel und im Beitrag ja gerade eben auch an, Jens Schwalde, eine absolute Dreckschleuder. Und zwar für die Umwelt, aber auch für die Menschen, für die Gesundheit. Und wenn man sich auch Zahlen mal anschaut, was Kohlekraft im Jahr weltweit an Todesfällen verursacht, also das, was dann an Abgasen, an beispielsweise auch Quecksilver in die Luft geht, dann ist das beträchtlich. Es gibt viele Untersuchungen und die kommen eigentlich immer zu dem Ergebnis, dass Kernkraft viel, viel sauberer, viel, viel risikoarmer ist als die Kohlekraft.